Nasan Eckes ist wieder Single. Die schöne Moderatorin und ihr Mann Julian Kohl haben sich nach 10 Jahren Ehe getrennt. Dies bestätigte die Schwester und Managerin von Nasan Eckes gegenüber BILD. Ja, es ist richtig, Nasan und Julian sind kein Paar mehr. Als Eltern teilen sie sich die Erziehung ihrer Söhne. Viele fragen sich nun, wie lange sind Nasan und ihr Mann denn schon getrennt? Wann das TV-Gesicht und sein Mann sich genau getrennt haben, ist offiziell nicht bekannt. Jedoch besuchte Nasan Eckes am 18. September das Oktoberfest in München und dabei fiel folgendes wichtige Detail auf. Nasan trug die Schleife ihres schwarzen Dirndls auf der linken Seite, was anzeigte, dass sie Single ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.